Wir Menschen haben ja die Tendenz, bestimmte Ereignisse, bestimmte Verantwortlichkeiten immer bestimmten Personen zuzuschreiben. Der war schuld, die war schuld, der hat es geschafft, die hat es geschafft, dass das oder das geklappt hat oder nicht geklappt hat. Das ist das normale Muster menschlicher Wahrnehmung. Das hilft offenkundig, sich zu orientieren. Das ist evolutionsbiologisch wahrscheinlich sinnvoll, hilft aber manchmal in der Sache nicht wirklich weiter. Und so hatte ich gestern ja versucht Gründe zu beschreiben, warum es an der Wall Street gestern nach unten gegangen ist. Hatte da allerdings die Aussage von Janet Yellen nicht mit aufgenommen. Daraufhin haben viele kommentiert, gerade auf YouTube, Mensch, also hier diesen Abverkauf zu erklären, ohne diese Aussage von Janet Yellen, das passt doch nicht. Das war doch eigentlich der Grund für den Abverkauf. Meine These ist und bleibt, nein, das war nicht der Grund für den Abverkauf. Und ich will in diesem Video zeigen, was da eigentlich passiert ist, wann es passiert ist und vielleicht auch warum es passiert ist und möglicherweise Hinweise darauf geben, wie es weitergeht. Zunächst mal diese Aussagen von Janet Yellen, die sie in einer virtuellen Konferenz getätigt hat. Es kann sein, dass die Interest Rates, also die Zinsen ein bisschen steigen müssen für den Fall, dass die Wirtschaft überhitzt. Sie hat dann allerdings als Nachsatz auch gesagt, ja, aber sie glaubt nicht, dass dieses Biden-Stimulus-Programm und in diesem Kontext hat sie diese Aussage gemacht, groß genug sei angesichts der immensen Dimension der US-Wirtschaft, um eine Überhitzung wirklich auszulösen. Daraufhin Kommentatoren, die gesagt haben, oh oh, da muss jetzt der Philipp Lane, der FED, herausgezogen werden. Das war eine Anspielung darauf, dass gerade in der Anfangszeit Madame Lagarde neue EZB-Chefin sich den einen oder anderen Fauxpas geleistet hat. Und dann Philipp Lane, der Chefvolkswirt der EZB, aufgetreten ist und gesagt hat, nee, nee, hat sie ja gar nicht so gemeint. Und genau so kam es dann auch. Allerdings hat es Janet Yellen selber gemacht und dann gegenüber die Wall Street Journal gesagt, also ich prognostiziere gar nichts, hat sie klar gesagt. Ich habe auf jeden Fall keine Zinseinstücke prognostiziert. Also da hat sie sozusagen entweder einen Anruf bekommen oder man hat ihr klargemacht, war vielleicht jetzt nicht so glücklich, diese Aussage konnte missverstanden werden oder anders verstanden werden. Und zack, hat sie das zurückgenommen. Hier sehen wir nochmal Future Economic Summit, um 17 Uhr deutscher Zeit ist hier das ausgestrahlt worden. Sie hat diese Aussagen vorher schon aufgenommen, am Tag vorher, aber es ist ausgestrahlt worden um 17 Uhr deutscher Zeit. Jetzt schauen wir uns mal an, hier die verschiedenen US-Indize jetzt in dem Chart unten. Dann sehen wir der große Abverkauf oder die große Schwäche, Abverkauf ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es ging doch schon ziemlich deutlich nach unten. Die war ja vorbörslich, war also vor 15, 30 Uhr deutscher Zeit. Da sind die US-Futures nach unten gegangen und sie sind nach unten gegangen, ziemlich zeitgleich mit der Meldung, dass ein chinesisches Militärflugzeug in den Luftüberwachungsraum Taiwans eingedrungen sei. Gestern habe ich aus Versehen, passiert mir öfter Taiwan und dann Thailand gesagt, aber ich meine Taiwan, der Zankapfel zwischen den USA und China. Dann ging es nach unten, aber auch das ist normal nicht ein Auslöser für Kursschwäche, weil die Märkte sich in der Regel für Geopolitik nicht interessieren, bis sie sich dafür interessieren müssen. Jetzt schauen wir aber mal hier, das was hier eingekreist ist, das ist die Aussage von Janet Yellen. Der große Downmove war also schon passiert, dann ging es ein bisschen nach oben und dann kam nochmal ein kleiner Downmove, der vielleicht durch die Aussagen von Janet Yellen begründet war. Aber es ist nicht der auslösende Grund für die Kursschwäche gestern, sondern es war vielleicht nur ein Add-on, ein Zuckerl, ein Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Schauen wir uns mal an, was zum Beispiel die US-Renditen gemacht haben. Nichts, man müsste ja vermuten, dass die Renditen steigen, wenn eine wichtige Persönlichkeit an der Wall Street oder für die Wall Street, nämlich die Finanzministerin, sagt, ja, kann also gut sein, dass die Zinsen steigen müssen, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Aber die Anleihe-Märkte haben nicht darauf reagiert. Auch das spricht dafür, dass das nicht das Thema gewesen sein kann. Wir haben insgesamt gesehen, dass die Renditen gefallen sind. Normalerweise müssten die Renditen steigen, wenn Zinsängste der Fall sind. Dann hat sie das alles zurückgenommen und gesagt, also ich versuche hier gar nichts zu prognostizieren. Dieses Zurückroutern war natürlich sprechend, aber man sieht aber, und das ist der entscheidende Punkt, wie nervös die Märkte werden. Wir haben dann, wenn, sobald irgendwie das Wort Zinsen praktisch genannt wird, wir haben dann praktisch zeitgleich oder im Umfeld Aussagen von John Williams, Chef der New York Fed, eine wichtige Fed-Dependence, der gesagt hat, wir sind weit entfernt von unserem Ziel der maximalen Beschäftigung und der Preisstabilität. Richtig, von der Preisstabilität entfernt man sich derzeit immer mehr. Und lasst mich klar machen, dass die Daten und die Bedingungen, die wir derzeit sehen, nicht, überhaupt nicht ausreichen, weit entfernt sind dafür auszureichen, dass wir unsere Geldpolitik ändern. Also klares Dementi, was hier passiert durch die New York Fed-Chef und Kashkari, Neil Kashkari, Andrew Agassi für Arme, die super dove, also derjenige, der am dobbischsten ist innerhalb der Fed. Let's not cut off the recovery prematurely. Prematurely, also nicht frühzeitig, nicht voreilig jetzt die Erholung abwürgen durch eine solche Diskussion. Also aus der Fed selber kommen ganz entgegengesetzte Töne. Und Janet Yellen ist ja nicht mehr Fed-Chefin, sondern Finanzministerin, hat damit überhaupt keinen Zugriff auf Zinssätze etc. etc. Und das haben andere jetzt auch nochmal klar thematisiert wie Jim Bianco. Denn Janet Yellen hatte schon vorher in einem Interview gesagt, ja, wir haben ja alle Möglichkeiten, die Inflation zu bekämpfen. Und damit meint sie aber die Fed. Aber Janet Yellen ist ja bekanntlich nicht mehr Fed-Chefin. Das war sie früher, jetzt aber nicht mehr. Und hier scheint sie manchmal das so ein bisschen zu verwechseln, wie Jim Bianco sagt. Why use we? Also warum nutzt du das Wort wir? Are you still running the Fed? Und dem ist nicht der Fall, sondern es ist eben Sache der Fed. Dementsprechend schon rein faktisch als Finanzministerin hat sie keine Aussagen zu treffen über Zinsen, die relevant sind. Dementsprechend meine ich auch fundamental wäre diese Aussage nicht wirklich so ernst zu nehmen, dass sie einen Abverkauf an den Märkten auslöst. Aber wie gesagt, es zeigt, wie nervös die Märkte werden angesichts der Aussicht am Horizont, dass da eben zunächst mal Tapering kommt als Beginn des Ausstiegs aus der ultralachsen Geldpolitik, bevor dann möglicherweise die Zinsen angehoben werden. Also wir haben gestern so einen Vorgriff erlebt, was passieren kann, wenn jemand sich mal ein bisschen in diese Richtung äußert. Und das dürfte ab Sommer dann verstärkt auch von der Fed kommen, dass man darüber nachdenkt, darüber nachzudenken, die Zinsen vielleicht noch nicht anzuheben, aber eben Tapering zu beginnen. Deswegen haben wir da gestern schon einen kleinen Vorgeschmack erlebt. Was war dann aber der Grund für die Schwäche der Dow Jones? Wie wir gleich sehen, hat es ja sogar noch ins Plus geschafft, aber dazu gleich mehr. Everyone has one foot out of the door. Wir haben gesehen, dass in der letzten Woche schon Geld aus den Märkten gezogen wurde. Denn, also hier hat man, wie die Bank of America gesagt, hat sich schon positioniert in Sachen zu starkem Anstieg der Inflation, in Sachen Erwartung von Tapering. Und David Rosenberg hat gestern einen Kommentar geschrieben, you know a market is all priced in when. Also du weißt, wenn alles eingepreist ist, wenn positive Nachrichten nicht mehr für weitere Kurssteigerungen sorgen. Und hier kann man praktisch paradigmatisch herausgreifen, Apple und Amazon, die Wahnsinnszahlen bringen, die Aktien steigen kurz, um dann aber wieder zu fallen. Gestern auch beide auf der Verliererseite. Das zeigt, dass die guten Nachrichten nicht mehr für weitere Kurssprünge genutzt werden können, sondern dass auch das nicht mehr ausreicht. Das bringt das auf den Punkt. Bank of America, die Hedgefonds-Kunden, das kommt nochmal zu diesem Thema raus aus den Märkten, haben so viel Geld, die jetzt abgezogen, wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Während Retail-Investoren, also Privatinvestoren, seit 10 Wochen als Käufer auftreten. Hier sehen wir also, haben viele die Chips vom Tisch genommen angesichts der derzeit besten aller Welten. Eine Fed, die nach wie vor eine unterlaxe Geldpolitik betreibt und Unternehmensgewinne, wie wir hier sehen, nachdem etwa 70% der US-Firmen jetzt ihre Berichtssaison oder ihre Berichte zu den Quartalsergebnissen gegeben haben, die sehr, sehr stark sind. Wir haben eine Full Recovery, eine V-Erholung sozusagen bei den Unternehmen, die jetzt abgeschlossen sein dürften. Bestes Quartal seit langer, langer Zeit, das wir hier sehen. Aber wir haben vorher schon gesehen, selbst diese Blow-Off-Reports, also die sowohl was den Umsatz betrifft, als auch was die Gewinne betrifft, deutlich übertreffender, teilweise die Guidance noch anheben, also sozusagen den Ausblick noch anheben und dennoch steigen die Aktien kaum. Das ist eben das, was mit alle guten Nachrichten sind eingepreist, vielleicht bezeichnet ist. Und diese Korrektur, die wir gestern gesehen haben, mal sehen, ob sie sich fortsetzt oder ob die Bullen gleich wieder den Konter kriegen. Diese Korrektur setzt ziemlich genau zeitgleich ein, im Chartverlauf zumindest, wie bei diesem Vorbild, das wir haben aus dem März 2009 bis April 2010. Hier sehen wir ein fast identisches Kursmuster zu dem Vergleich zwischen März 2020 und jetzt Mai 2021. Also auch damals ging es dann praktisch Anfang Mai nach unten mit einer Korrektur, bevor es dann wieder nach oben ging. Schauen wir uns die Indizes an. Dow Jones der einzige Index im Plus. Nasdaq hat es deutlich erwischt, war allerdings auch schon noch deutlicher im Minus. Dow Jones, viele rekurrieren immer auf den Dow Jones. Für mich ein Witzindex, letztendlich ein Fossil, wenn man so will, das keinerlei Bedeutung mehr hat. Warum? Weil schlichtweg hier der reine nominale Preis entscheidend ist über die Marktgewichtung. Eine Aktie, die 100 Dollar kostet, ist doppelt so stark gewichtet wie eine Aktie, die 50 Dollar kostet. Das hat aber nichts darüber auszusagen, wie faktisch die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist, ob die Aktie 50 oder 100 Dollar kostet. Gestern im Dow Jones etwa United Health, großer Gewinner, eine schwergewichtete Aktie. Also sehen wir, dass das nicht so wahnsinnig viel aussagt. Okay, wir sehen natürlich das Materials, Financial, Industrial, hier unten diese Grafik. Das waren gestern die Gewinnersektoren. Die sind natürlich im Dow Jones ein Stück weit überpräsentiert, wenn Technology auf der Verliererseite war. Also dennoch, der Dow Jones ist für mich nicht relevant. Relevant ist der S&P 500. Da sind die wirklich 500 größten Unternehmen der USA drin. Da geht es nach Marktkapitalisierung. Da spielen diese Dinge eine Rolle, die wirklich einen Index einigermaßen nachvollziehbar machen. Der Dow Jones hat mit nachvollziehbar machen relativ wenig zu tun. Aber sei es drum. Wenn wir uns die Geschichte mal anschauen, wir sehen hier eben diese Unentschlossenheit, die lange der Fall war, jetzt oben beim S&P 500. Und dann so diese ersten Dochte, die wir da sehen, die dann tiefere Körper haben. Das hat sich ein bisschen angekündigt. Ebenso wie im Nasdaq, den Sie hier unten als Triple Q und Maske-Based-Nasdaq ETF sehen. Diese Schiebezone, Schiebezone ging nicht weiter, trotz diesen Monster-Earnings der US-Attack-Unternehmen. Und dann hat man die Unterstützung gebrochen. Und das ist vorbörslich passiert. Also die Vorkasseröffnung vor 15.30. Und wenn wir uns mal anschauen, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dann schauen wir uns mal an der Equal Weight Index, wo also jeder Aktie im S&P 500 gleichgewichtet wäre, hätte gestern nur 0,55% verloren, statt minus 1,2%. Wir sehen also, dass es die schwergewichteten Aktien waren, wie eine Apple, wie eine Amazon, die also immense Marktkapitalisierung auf die Waage bringen, die dann den Index nach unten gezogen haben, die Advanced, die Kleinlinie, nur bei minus 122. Das heißt, wir haben nur etwas mehr Aktien, die gefallen sind, als gestiegen sind an einem Tag, der ja überwiegend deutlich rot war. Davor hatten wir das Gegenteil, lange Zeit. Das heißt, da hatten die wenigen marktschweren Aktien den Markt mit nach oben gezogen. Das gilt gerade für den Nasdaq, wo ja schon mehr als die Hälfte der Aktien gefallen waren. Und wir sehen eine inhärente Schwäche beim Nasdaq, die jetzt das Besondere hat. Wir haben ja gestern gesehen, die Renditen sind tendenziell zurückgekommen. Wenn so ein bisschen Verunsicherung herstellen in Aktienmärkten, dann geht man gerne in den Anleihenmarkt, Flucht in den sicheren Hafen. Jetzt aber sehen wir ein Muster, dass die Renditen fallen und der Nasdaq auch gefallen ist. Es gab ja eine Zeit lang die Konstellation Renditen nach oben, als wir bei der 10-Jährigen auf 1,78% gestiegen sind. Da war der Nasdaq unter Druck, Zinsängste etc. Dann hat sich diese Konstellation so ein bisschen entkoppelt. Und jetzt sehen wir, dass die Renditen tendenziell fallen und der Nasdaq auch fällt. Das ist eine interessante Konstellation. Hier oben sehen wir den Nasdaq zum S&P 500 in der Relation. Wir sehen, dass da eine gewisse Schwäche ist. Und unten sehen wir invertiert die Rendite der länger laufenden US-Staatsanleihen. Muss man sich also genau andersrum vorstellen. Also der Nasdaq gestern trotz feinender Renditen ist nicht gestiegen, sondern gefallen. Hier sehen wir dann jetzt ein anderes Thema weg von den Aktienmärkten. Rohstoffe nach wie vor diese immense Rallye weitergegangen. Wir haben jetzt den höchsten Stand seit 2011, respektive seit 2012. Da gibt es unterschiedliche Angaben für den Bloomberg Commodity Index. Es geht also steil, steil nach oben. Öl ist gestiegen etc. etc. Andere Dinge. Kupfer über 10.000 Dollar. Und wenn wir uns mal anschauen, was jetzt sozusagen am meisten gestiegen ist innerhalb eines Jahres, dann ist es eben Sojabohnenöl. Wir sehen Gasoline, Benzin sehr, sehr wichtig. Wir sehen Corn, also Mais. Wir sehen Heating Oil, Crude Oil, Brand Crude, Gas Oil, also diese ganzen Öl-Benzingeschichten, Copper, Sugar, Aluminium, Soybeans, Wheat, Cotton. Also das sind diejenigen, die stark gestiegen sind, während Orangensaft gefallen ist. Das ist eine dramatische Nachricht. Und wir haben Gold auf der Verliererseite. Silber mehr oder weniger unverändert. Und Kakao und Gold für viele ein Rätsel, warum passiert das? Wir haben doch Angst vor Inflation. Ja, aber es ist eben so, dass die realen Renditen, also die Renditen minus Inflation, eben wieder praktisch weniger negativ geworden sind. Und deswegen kommt der Gold nicht so richtig aus dem Quark. Und jetzt in Sachen Inflation, BlackRock, Rick Rieger, der mehr als 2 Billionen mal soeben verwaltet, der hat gesagt, jeder Kunde, mit dem ich spreche, und gerade habe ich mit einem gesprochen, hat gesagt, wir haben Angst, dass die Wirtschaft überhitzt oder spricht davon, dass die Wirtschaft überhitzt. Also das ist das ganz, ganz große Thema. Deswegen reagieren die Märkte dann eben auch auf eine solche Aussage von Janet Yellen, Überhitzung, Überhitzung. Das wird jetzt das neue Schlagwort, sozusagen. Jedes Mal, wenn irgendwer von Überhitzung spricht, dann zucken alle zusammen, weil es eben bedeuten könnte, dass dann die FED etwas ändern muss. Und abschließend, wir hatten ja diese Rallye bei Ether oder Ethereum, gell, Latein, Englisch, ois eine soße. Jedenfalls gibt es hier jetzt interessante Berichte darüber, dass das Netzwerk von Ethereum durchaus, gerade wenn man sich jetzt mal anschaut, wie Bitcoin gestiegen ist, durchaus eben eine lange Strecke noch haben könnte, was also den Preis für Ether betrifft, auch wenn der Markt hier kurzfristig deutlich überhitzt ist. Insgesamt kann man ja sagen, dass gestern so ziemlich alles gefallen ist. Dann ist eben auch Bitcoin gefallen, Gold ist unter Druck gekommen, die Anleiherenditen sind gefallen, die Aktienmärkte sind gefallen. Das ist also das Spiel, immer dasselbe Spiel. Entweder steigt alles oder das fällt alles. Und so war es gestern eben auch. Janet Yellen ist nach meiner Auffassung nicht verantwortlich. Sie hat die Situation nicht verbessert mit ihrer Aussage. Aber sie ist nicht der Grund, warum es gestern nach unten ging. Jetzt ist für die Bullen entscheidend, ob sie den Konter schaffen, ob sie diesen Schaden wieder reparieren können. Ja oder nein. Das wird dann zeigen, wie weit die Korrektur sich ausweitet oder ob das nur ein kurzes Durchschnaufen war. We will see. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen so herbstlich sich anfühlenden Tag. Servus und ciao.